hey leute noch mal hey leute und willkommen zu einem video in diesem video möchte ich einfach mal reden und zwar leute ja ich habe ab sofort sendepause also wie dürft ihr das jetzt verstehen ich habe keinen bock mehr auf youtube nein spaß leute ich habe natürlich immer noch lust auf youtube ich mache es auch weiterhin ihr könnt das jetzt so verstehen dass ich jetzt gerade einfach momentan sendepause habe da ich jetzt erstmal wieder eine pause von youtube mache da ich auch in den urlaub gehe und alles und ja aus dem grund werde ich jetzt erst mal keine videos hochladen und jetzt kommen genau die infos an welchen tagen ich wieder videos hochlade und von wann bis wann nicht leute ab morgen werde ich keine videos mehr hochladen also leute nicht für immer natürlich sondern eher so für kurze zeiten leute also von morgen bis zum nächsten woche donnerstag werde ich keine videos hochladen also nächste woche donnerstag wieder schönes video erwarten ja so viel dazu leute also an diesem tag könnt ihr das dann erwarten dass ich wieder ein video mache sein ich verpeile das nicht dass nicht nur das leute sondern auch noch neue und andere info ja ich werde jetzt insgesamt morgen übermorgen dann schon sonntag ja montag dienstag mittwoch leute also insgesamt werde ich ungefähr so fünf tage keine videos hochladen in dem müsste natürlich den anderen youtuber gucken oder was für sich was oder zockt einfach ist mir egal was ihr da macht auf jeden fall in diesen tagen werde ich keine videos hochladen danach werde ich wieder so viel leistung also einen tollen leistung machen und ja dann habt ihr wieder eine schöne leistung zu gucken das war jetzt nur mein kleines info video also nicht wundern und ja auch falls ihr euch gesehen habt könnt ihr euch auch gerne mal ein video angucken wo ich ein paar fakten zu den neuen hoglins in minecraft 1.16 gegeben habe nightgaming get zufrieden hoglins oder schweinies ok zufrieden danke äh ja soviel zu dem thema auf jeden fall leute wie gesagt an diesen tagen habe ich urlaub da mache ich wieder sendepause weil ich einfach momentan überhaupt keinen bock habe gerade videos hochzuladen naja bock habe ich aber äh spaß habe ich auch nur das problem ist halt ähm es ist gerade sehr anstrengend und ich gehe auch in den urlaub also ja soviel zu dem thema äh achso leute falls ihr mehr clash royale sehen wollt dann schreibt es in die kommentare ach so leute das projekt habe ich jetzt auch eine recht lange zeit nicht mehr hochgeladen ich wäre ich hab's nicht hochgeladen weil ich momentan nicht dazu gekommen bin aber bald werde ich keine sorge das müssen wir abwenden hier schnell sparen doch sparen hilfe hilfe ähhh ähhh das sieht nicht so gut aus für uns leute ja schweinereiter komm nein bitte schweinereiter nicht uns töten bitte 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 Leute das schaffen wir bitte wenn nicht wäre es auch nicht so schlimm aber trotzdem bitte schaffen wir das wie ist mein turm jetzt gestorben äh nein Spaß äh leute das war's mit dem video und ja wie gesagt nicht also seid ihr wohl eh nicht aber ich werde kein videos hochladen also jetzt nicht sagen ich hab euch nicht gewarnt wenn ihr euch das video nicht anguckt Pes gehabt nicht aber und in 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 wenn in im in